Heute bei Fender Sammler Magazin geht es um Duplikate. Um welche Duplikate? Ja, um Duplikate von ihm hier. Um die Masters of the Universe. Hallo und herzlich willkommen hier bei BUMO TV zu einem neuen Video, denn es heißt wieder Fan, das Sammler Magazin. Ja, euer Magazin rund um Actionfiguren und Merchandise. Der Ludwig, der tapst auch wieder hier durchs Set und guckt mich gerade verwundert an, was ich euch heute erzählen werde. Als erstes hier sind von BUMO TV gibt es Aufkleber. Falls jemand eins haben möchte, kann sich gerne bei mir melden und dann machen wir das Ganze, klären wir dann ab, wie ihr denn so einen tollen Aufkleber von unserem Kanal das bekommen könnt. Ja, heute haben wir wieder ein tolles Thema. Als erstes trinken wir mal wieder einen Kaffee aus der Esstasse. Die Tasse ist so groß, dass der Kaffee drin total winzig aussieht. Ja, mein Kapsel Kaffee wirkt wie eine Pfütze da drin. Ja, so tief ist diese Tasse. Aber trotzdem ist das der gleiche Inhalt wie sonst. Hm, it's magic. It's magic. Naja, heute ist unser Thema Actionfiguren im Style der Masters of the Universe. Ja, es kommen heute wieder nach langer Zeit wieder die Masters Fans auf ihre Kosten. Aber nicht nur diese, sondern auch Fans von Funko. Ja, die werden heute auch bedient werden. Denn manche Firmen denken sich so, hey, die Masters of the Universe hatten in den 80ern einen regen Zulauf. Ja, sie hatten wirklich einen bombastischen Umsatz und sind bis heute absolut Kult. Und deswegen machen wir einfach auch mal Actionfiguren, die so anmuten lassen. Ja, die eigentlich die gleiche Gussform haben, nur halt andere Köpfe und Bemalungen. Und hier habe ich einige Exemplare rausgesucht und die möchte ich gerne mit euch zusammen anschauen. Und dazu kommen wir jetzt. He-Man, der 1982 das Toyline-Licht der Welt in den USA erblickte, ist für heute wirklich für viele Toylines Vorbild. Optisches Vorbild. Denn manche Firmen, wie ich eben schon in der Anfangsmoderation sagte, haben ihn wirklich als Vorbild genommen und haben bei verschiedenen Toylines ihn einfach dupliziert. Dazu komme ich jetzt gleich. Aber ich möchte euch nochmal hier Zodek zeigen. Ja, auch aus den Masters of the Universe Universum. Zweimal Universum. Wow, Universe und Universum. Das ist unsere Figur des Monats Juni 2020 bei Giganten, das Fanmagazin. Zodek war auch aus der ersten Wave der Masters, kam 1982 in die USA in die Spielzeugläden. 1983 zusammen mit He-Man auch in die deutschen Läden. Und zum ersten Mal, wo wir damit in Berührung gekommen sind, dass Firmen halt, wie gesagt, die Masters als Vorbild genommen haben, war Funko. Hier mit Savage World. Ja, so kam man in der Neuzeit. Ja, es war 2018. Ja, Ende 2018 kamen diese in die Läden bzw. in die Online-Shops. Da gab es unter anderem diese Horrorfiguren im Style der Masters of the Universe. Hier traf es einer meiner liebsten Figuren aus der Horrorwelt. Michael Myers. Ich muss ehrlich sagen, Michael Myers mit Muskeln ist ein wenig, ja, ein wenig gewöhnungsbedürftig. Ja, habe ihn wirklich nur geholt, weil ich Michael Myers abgrundtief verehre. Aber Funko hat, wie gesagt, unter dem Label Savage World noch sechs weitere Figuren herausgegeben, die alle aus Horrorfilmen bekannt sind. Es gibt insgesamt, wie gesagt, fünf gibt es nur. Ich muss revidieren. Es gibt fünf. Ja, Freddy Krüger, Jason Voorhees aus Freitag der 13., wie gesagt, Freddy Krüger aus Nightmare, Pinhead, Michael Myers und Leatherface. Muss man mögen. Es war auch nicht so der größte Hit, muss man lassen. Haben sich zwar einige geholt, war auch nicht so teuer. Aber für mich fand ich, bis auf Michael Myers, fand ich sie eigentlich nicht unbedingt so würdig, dass man sie sich ins Spielzeugregal stellen müsste. Dann gab es, kurze Zeit später, gab es denn die DC Primal Age Figuren. Und zwar Figuren im Motostyle von unseren Superhelden. Ja, hier haben wir zum Beispiel mal Superman. Ja. Superman sieht auch muskulös, sieht eigentlich schon cool aus. Hinten drauf sieht man noch den ein oder anderen Charakter, der veröffentlicht worden ist. Man muss auch lassen, okay, mit Muskeln sehen die Figuren vielleicht noch, äh, noch mehr unschlagbar aus. Aber es passt nicht unbedingt, finde ich mal. Ich hatte ja damals, hatte ich ein unfreiwilliges Unboxing gemacht, weil der Paketbote mir die Verpackung hier vom DC Primal Age Batman total kaputt gemacht hat, habe ich ihn damals notdürftig dann auspacken müssen. Und ich muss sagen, ja, die Figur ist okay. Die ist okay, wenn man wirklich daneben hält, ist das wirklich wie aus einem Ei geschissen. Ups, jetzt fällt das schon alles runter, ja. Ja, ist fast identisch. Auch die Größe, ja, die haben auch die gleiche Größe wie die originalen Masters Figuren. Deswegen, da kann man doch grandios kopieren und sich an den Erfolg von damals dranhängen. Denn, äh, Super7 hat es dann auch gemacht mit den, äh, Neo-Vintage Figuren, ihr erinnert euch ja noch dran. Die hängen ja bis heute noch in manchen Comicläden. Die haben halt die Masters Figuren nochmal neu aufgelegt, im Style der Filmation Cartoons. So hätten die Cartoons, äh, die Figuren damals ausgesehen, wenn man sie so nach dem Cartoon von Filmation hergestellt haben. Ich habe jetzt extra kein Beispiel dabei, weil, ach doch, habe ich doch, ich habe doch natürlich ein Beispiel dabei. Nehmen wir mal Skeletor. Ja, der sieht ja wirklich, der sieht ja schon gut aus. Muss man lassen, ja. Und wie gesagt, auch die Körperform wie damals aus den 80ern von Mattel. Dann gibt es beim Thema, bleiben wir jetzt auch mal. Mattel, die haben letztes Jahr, letztes Quartal 2019, haben sie als Vorlauf der Origins, haben sie hier die Masters of the WWE Universe, haben sie Figuren aus der Wrestling-Welt genommen und haben sie ein bisschen gekreuzt mit den Masters-Figuren. Hier hat es zum Beispiel, die Figur fand ich am besten, ist auch meine einzige Figur aus der Line, haben sie einfach den Wrestler John Cena genommen, haben ihn gekreuzt mit dem Faker, also mit dem bösen, ähm, He-Man und haben diese Figur kreiert. Natürlich auch im Style der Masters of the Universe. Ja, ich muss erlassen, mit den Figuren werde ich nicht so ganz warm. Ja, viele finden die toll, ja. Gerade Wrestling-Fans finden das Hammer, wenn ihre Wrestling-Helden, ja, so kombiniert werden mit, äh, Masters-Charaktere. Ich sage, muss man nicht haben, man muss wirklich sich nicht alles holen von den Masters. Gut, ich neige dazu, eigentlich immer alles zu holen von den Masters, aber da muss ich sagen, bis auf diese eine Figur wollte ich es nicht haben. So, und jetzt kommen wir zu zwei Figuren, mit, mit den Figuren kann ich ja mal null anfangen, aber es hat mal ein fleißiger Zuschauer von uns, der Sascha aus Aachen, hatte mir damals ein Überraschungspaket zukommen lassen und da waren diese zwei Figuren drin. Okay, der Bleaster war beschädigt, aber mal wieder waren das Figuren aus einem Computerspiel, ein Computerspiel von 1992, äh, Mortal Kombat, ja, hat er mir äh, Figuren zukommen lassen und die erinnern. Na, an was erinnern die uns? Richtig, am Master-Style und, ähm, ja, damit kann ich zwar null anfangen, aber die Figuren sehen ja jetzt mal nicht so ganz scheiße aus, aber da der Bleaster sowieso kaputt ist, kann man doch einfach die Figuren rausnehmen, das mach ich jetzt mal, machen wir einfach mal auf, so, und holen diese Figur raus. Es handelt sich um Skorpion. Ich, wie gesagt, mit dem Computerspiel und mit den Figuren kann ich null anfangen, deswegen habe ich nicht unbedingt diese Background-Infos, was Skorpion nun ist, ist ja auch egal, aber, wie man so sieht, er sieht natürlich wieder unseren Helden von Eternia richtig ähnlich, ja, als Vergleich setzen wir jetzt mal hier den Zodek daneben, et voilà, gleiche Größe, gleicher Body, hier, auch die, gut, da muss man sagen, die Qualität ist gar nicht so schlecht, die Qualität, die ist schön, die wiegt etwas, da ist sie hier leichter, sie wirkt hier ein bisschen robuster als diese Figur, obwohl wir wissen, dass diese Masters-Figuren aus den 80ern, ja, damit haben ja noch Generationen unserer, äh, Nachfahren noch gespielt, ja, da muss man lassen, die hat man einfach, wenn man keinen Bock mehr hatte auf die Figuren, entweder hat man die verkauft oder man hat seinen Brüdern gegeben und die Brüder haben es den Freunden gegeben und die haben es wieder ihren Brüdern, es ist eigentlich, die sind heute eigentlich noch im Umlauf, natürlich vermehrt im Internet, seltenst noch auf Flohmärkten, so, so, haben wir einmal den Skorpion ausgepackt und wenn wir einmal dabei sind, machen wir auch Liu Kang, Liu Kang, werden wir auch hier auspacken, so, hier, Liu Kang, was er kann, weiß ich nichts, aber er heißt Liu Kang, naja, so sehen die Verpackungen ausgepackt aus und hier sind die Figuren, die unter anderem aus dieser Reihe erhältlich sind, ebenfalls von Funko, ja, da habe ich sie ausgepackt und, äh, ja, was haltet ihr davon, was haltet ihr von solchen Duplikaten, von solchen kleinen Spin-Offs der Masters of the Universe oder seid ihr doch lieber Fans der Spin-Offs als aus der Originalserie, würde mich mal interessieren, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare reinposten, ich trinke ganz kurz mal, meistens habe ich schon das Problem, nach jedem Video ist die Tasse noch zum Teil voll und dann ist sie auch kalt, dann trinke ich ungerne diese Tasse Kaffee, weil ich mag keinen kalten Kaffee, so, das noch nebenbei mal erwähnt, ja, ich finde persönlich von den ganzen Duplikaten finde ich hier die Michael Myers Variante am coolsten, ja, die sieht ja so richtig mega geil aus, obwohl Leatherface hat auch irgendwas, ne, aber es hat trotzdem mich nie motiviert, noch weitere Figuren aus dieser Reihe zu holen und alle haben, ich sage es nochmal etwas gemeinsam, alle sind genauso groß wie die Masters of the Universe, ja, alle haben ihre knapp 14 Zentimeter Größe, ja, auch hier Skeletor aus der Neon-Vintage-Reihe, Neon, habe ich gesagt, Neo-Vintage-Reihe, gut, schön, dass wir darüber gesprochen haben, wollte ich mal zeigen und wollte euch mal so einen kleinen Einblick geben, falls euch dieses Video gefallen hat, ihr kennt es ja, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr es noch nicht habt, könnt ihr gerne meinen Kanal hier auf YouTube, BumoTV, ich kann es euch nochmal reinhalten, wie der Kanal heißt hier, BumoTV, könnt ihr gerne ein Abo dalassen, ihr könnt gerne kommentieren, weiterempfehlen, teilen, was ihr auch immer wollt und dann sehen wir uns auch beim nächsten Video hier wieder auf BumoTV und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und vor allen Dingen, bleibt Fan, tschüss! Vielen Dank!